Ich habe es mir natürlich nicht angeguckt. Ich habe extra gewartet, weil ich wollte es mit euch im Stream gucken, weil es wirklich eigentlich interessant ist. Frag eine Neonazi von Hyperbowl. Ja, kommt mir bekannt vor. Das klang jetzt ein bisschen komisch. Ich kenne keine Nazis, Leute. So meinte ich das nicht. Ich meinte, ich glaube, ich habe ihn bei irgendeiner Doku über Nazis schon mal kurz gesehen. Naja, auf jeden Fall. Frag eine Neonazi, Philipp über seine Zeit als Rechtsextremist. Seit 18 Minuten. Ich glaube, es wird sehr interessant, Leute. Ich glaube, es wird sehr interessant. In Berlin, der auch Nazi-Rock und T-Shirts verkauft hat und einer der Kameraden ist dann mit zwei anderen bei mir zu Hause eingebrochen und wollte mich um 10.000 Euro erpressen. Ich habe dann im Schlafzimmer nach meiner damaligen Pumpgun gegriffen und habe dann im Haus auch auf die geschossen. Oh mein Gott. Einfach richtig im GTA-Modus. Holte eine Pumpgun raus. Mein Name ist Philipp. Ich weiß gar nicht, wie ist die Gesetzeslage dazu? Wenn irgendwer zu dir nach Hause kommt, und dich quasi bedroht und du ihn dann erschießt. Ich meine, in Amerika ist das ein easy Fall. Selbstverteidigung. Es ist dein Haus. Du kannst jeden abknallen, wenn du willst. Aber wie ist das eigentlich bei uns? Gibt es dann für den Hausbesitzer quasi eigentlich irgendwelche möglichen Konsequenzen? Wenn wir jetzt davon ausgehen, es war kein Versehen. Es war wirklich... Er wurde quasi bedroht in seinem Haus. Es wurde... Keine Ahnung. Sagen wir mal, es wurde eingebrochen oder so. Darf er denn einfach niederschießen? Ich weiß gar nicht. Ich bin 41 Jahre alt. Früher war ich ein bekannter Neonazi. Haste Schwarze, Juden, Moslems und alles Fremde. Heute weiß ich, dass ich falsch schlag. Noah27 möchte von dir wissen, warum bist du Neonazi geworden? Ich komme aus gut behüteten Verhältnissen, gut bürgerlich aufgewachsen. Ich bin ausgewandert, als ich 10 Jahre alt war mit meinen Eltern, mit 13 zurück. Ich habe dann nicht so gut wie der Anschluss gefunden in der Schuhe. Ich kenne den. Die Geschichte kommt mir bekannt vor. Ich habe... Boah, das ist, glaube ich, schon ewig her. Na gut, so lange eigentlich auch nicht. Aber letztes Jahr, vorerst es ja irgendwann mal, habe ich eine Doku gesehen über Neonazis. Und er hat, glaube ich, seine Geschichte damals schon erzählt. War das vielleicht bei ihm? Vielleicht einen Rollstuhl umkippen. Ja! Das ist der Typ. Das ist der Typ. Vielleicht einen Rollstuhl umkippen. Wie ist das denn? Von hier kenne ich ihn. Ich wusste, ich kenne den von irgendwo. Da, das ist er. Er war bei Leeroy vor 11 Monaten. Boah, war er eigentlich ganz gut dabei im letzten Jahr. Aber ich weiß nicht mehr so viel über ihn. Die Anfangsgeschichte, die hat mir... Die Anfangsgeschichte, die kam mir jetzt ein bisschen bekannt vor. Aber vielleicht sagt er noch hier irgendwas anderes, weil das sind jetzt mehr Komödie-Fragen. Schule, häufiger Schulwechsel, ich habe mich viel mit meinen Eltern gestritten und ich hatte richtig Stress. Zu Hause, ich gehörte nicht dazu, ich hatte kaum Freunde und ich habe auch danach gesucht, irgendwie Anerkennung zu bekommen, Liebe zu bekommen und ich habe dann so etwas wie eine Art Ersatzfamilie gesucht und die habe ich dann leider relativ schnell im Bereich der Neonazis gefunden. Ist auch krass. Guck mal, es hat sich komplett anders entwickeln können. Es ist einfach nur davon abhängig gewesen, wer quasi hilft diesem Typen, diesem Jungen aus seiner Einsamkeit. Er hätte genauso auch Kommunist werden können. Er hätte auch genauso Islamist werden können. Er hätte aber auch genauso Hippie werden können. Er hätte auch Wrestler werden können, wenn ihn irgendein Wrestling-Club aufgenommen hätte. Trevor Dee fragt sich, wie bist du in den Neonaziszenen abgerutscht? Abgerutscht fühlte sich das damals nicht an, sondern wirklich, ich wollte dazugehören. Es war so, dass ich in Kontakt gekommen bin mit anderen Jugendlichen, die auch wütend waren und wir wollten unserer Wut irgendwie einen Ausdruck verleihen. Und dann bin ich relativ schnell in Kontakt gekommen mit Musik, mit dem sogenannten Rechtsrock und dieser Rechtsrock hat mir ganz viele tolle Botschaften erst mal mitgegeben, dass ich was Besonderes bin, dass ich stolz auf mein Land sein soll, dass ich stolz auf mich sein kann. Und dann haben wir uns als Gruppe zusammengefunden und dann haben wir uns auch innerhalb dieser Gruppe zusammen radikalisiert und bin so sehr, sehr schnell, sehr tief in die Neonaziszene gekommen. Haben euch alte Männer rekrutiert? Eigentlich, wie ich gerade gesagt habe, er war halt quasi jung, hat nirgends dazu gepasst und irgendjemand hat ihn quasi aufgenommen. In dem Fall ist er halt über Musik halt quasi irgendwie da reingerutscht. Man muss solchen Menschen quasi einfach schon von klein auf oder halt sehr früh muss man sie halt quasi schon von dieser Richtung weglocken. Er war jung, er war wütend, irgendjemand hätte ihm da helfen müssen und sagen, wir arbeiten jetzt an deiner Wut, du fokussierst deine Wut quasi mal auf was anderes. Kampfsport oder einfach Sport allgemein oder irgendein anderes Hobby. Er hätte vielleicht die Wut irgendwie umlenken können, er hätte vielleicht irgendwie, er hätte auf jeden Fall Hilfe gebraucht. Merkt man, er hätte auf jeden Fall Hilfe gebraucht und weil er die quasi nicht gut bekommt, nicht wirklich bekommen hat, ist er in die Szene gerutscht. Nachdem sich dann rumgesprochen hatte, dass es hier viele junge Leute gibt, die sich gerade so für Rechtsrock interessieren, sind die auf uns zugekommen, haben gesagt, Mensch, kommt doch mal zu unserem NPD-Stammtisch, kommt doch mal zu unseren Treffen, kommt doch mal mit zur Demonstration und so wurden wir immer weiter in diese Gruppen reingezogen. Naomi K. möchte von dir wissen, gab es sowas wie ein Aufnahmeritual? Viele der Gruppen schaffen sich eigene Rituale, zum Beispiel, dass man sich ein Jahr bewerben muss, man muss Dienste machen für die Kameradschaft, muss sich beweisen, dass man an die Ziele des Nationalsozialismus glaubt. All sowas habe ich auch gemacht, oft sehr spielerisch und wir haben den Ernst dahinter völlig vergessen, dass wir zum Beispiel oder ich einen Schwur auf die Hakenkreuzfahne damals abgelegt habe. Es ist ein Ritual, vor allen anderen steht man, die Fahne hängt und man schwört, wie damals, da gibt es alte Bilder aus dem Dritten Reich, wie auch Adolf Hitler die Fahne zu den einzelnen Standardenträgern weitergegeben hat und sowas haben wir sozusagen nachgestellt, um im Geiste der damaligen Soldaten von 1939 bis 1945 das nachzuleben, sozusagen. Wie alt warst du da? Bei diesem Schwur war ich vielleicht 16, 17 und das wurde auch öfter immer wieder mal gemacht in neun Gruppen, immer wieder gehören diese treue Schwüre dazu, weil sie 16 oder 17 ist schon sehr jung. In dem Moment dachte er sich wahrscheinlich, hey, nice, ich habe Freunde, ich habe Kameraden, auf die ich vertrauen kann und so weiter. Sie die Gruppe zusammenhalten. Sula fragt sich, hast du Nazi-Tattoos? Ja, Sula, ich habe eine Menge Nazi-Tattoos, ich habe verbotene Tattoos, die ich auch habe überstechen lassen. Ich hatte hier zum Beispiel in der Mitte von meiner Brust ein Hakenkreuz, das ich dann übergestochen habe, ausgeschwärzt habe. Ich hatte mir Symbole der Waffen-SS, verbotene germanische. Das ist auch die Frage, wenn man ein Hakenkreuz-Tattoo hat, darf sich der Staat dazu zwingen, dass du das quasi übermalen musst? Symbole habe ich mir tätowieren lassen, aber ich habe auch noch Symbole jetzt auf meinem Körper, die zwar nicht verboten sind, aber noch eindeutig rechts sind. Ich versuche nach und nach, die alle überstechen zu lassen, aber das ist auch ein sehr langer und sehr kostenintensiver und schmerzhafter Prozess und deswegen geht meine Botschaft auch raus, zweimal denken, einmal stechen. Jette Haag interessiert. Ich würde mir, glaube ich, auch nie ein Tattoo machen lassen. Ich finde Tattoos zwar cool, es gibt auch echt geile Tattoos, aber bei mir ist es so, mein Geschmack erinnert sich zu oft, dass ich Angst hätte, wenn ich mir ein Tattoo mache, dass ich nach ein, zwei Jahren gar keinen Bock mehr drauf habe. Wirklich, das kann bei mir so easy passieren. Warum immer Tattoos und Glatze? Also moderne Rechtsextreme machen das nicht mehr. Die sind, teilweise wollen die sehr hip sein. Man spricht da ja auch von Nazi-Hipstern. Zu meiner Zeit der Radikalisierung gehörte so das dazu, dass da schwappte das Skinhead-Dasein, Boneheads, nicht alle Skinheads sind rechts, aber ich habe mich als rechter Skinhead bezeichnet und es kam aus England rüber, da gehörte das dazu, dass man als Teil der Arbeiterklasse, Working Class, dass man sich Tattoos macht, dass man vielleicht Hemden mit Hosenträger trägt, Stiefel aus dieser Arbeitswelt, Working Class. Aber gibt es gerade einen Wandel, dass Rechtsextreme sich mehr verstecken, um gesellschaftlich mehr anzukommen. Magmarock fragt sich. Rein taktisch gesehen ist es wirklich sau-smart, dass sie quasi nicht mehr so aussehen wollen, dass sie quasi, ich sag mal, normal aussehen wollen, weil dann würden sie viele mehr Leute ansprechen, was halt gefährlich ist einerseits, aber halt aus dem taktischen, strategischen, aus der taktisch-strategischen Sicht ja, ist es klug, auf jeden Fall. Aber es ist auch saugefährlich, es ist saugefährlich, weil viele Leute dann halt darauf reinfallen, weil die denken quasi, das sind doch keine Nazis, Nazis sehen doch so und so aus. Waren deine Eltern auch Nazis? Nein, meine Eltern sind keine Neonazis und waren auch nie Neonazis. Aber ich, ich habe meine Eltern abgelehnt, meine Eltern waren in jungen Jahren meine Feindbilder und ich wollte nicht so sein wie meine Eltern und deswegen habe ich mich auch entschieden, mich aus der Gesellschaft und aus der Demokratie zurückzuziehen, um auch gegen meine Eltern zu rebellieren. Also meine Eltern waren ganz klar keine Neonazis. Hatten deine Eltern Angst vor dir? Ja, meine Eltern haben mir erst 20 Jahre später, gestanden, dass sie schon in jungen Jahren sehr viel Angst hatten. Beispielsweise auch meine Schwester hatte mir dann gesagt, dass sie möglichst schnell ihr Abitur machen wollte, um zu Hause auszuziehen, um von mir wegzukommen, weil sie so sehr Angst vor mir hatte. Lulu fragt sich, Was hast du damals über alles Nicht-Deutsche gedacht? Ich habe gedacht, dass diese Menschen in diesem Land hier nichts zu suchen haben, dass dieses Land den Menschen gehört, die hier sozusagen aus meiner Sicht seit tausenden Jahren die Wälder, Täler und Berge bewohnen und dass sie hier alles verändern zum Negativen, dass sie nichts Gutes mitbringen und deswegen habe ich alles und jeden gehasst, der hier war, der nicht in mein Bild passte und ich war auch bereit, körperlich gegen die vorzugehen, also Gewalt anzuwenden, um sie aus diesem Land wieder zu vertreiben. Ich weiß nicht, ob er doch da später noch irgendwas sagt, ob er irgendwas gemacht hat, weil ich weiß, ich weiß jetzt aus dem Leroy-Video leider nicht mehr, ob er da irgendwas gesagt hat, aber er hätte auch Menschen umbringen können theoretisch, wenn er halt wirklich komplett in dem Film gewesen wäre. Hätte theoretisch auch Menschen umbringen können. Besonders gehasst? Da kann ich schwer eine Abstufung machen, denn in ganz jungen Jahren wurde ich so radikal, dass ich fast alles gehasst habe, von dem Kommunalpolitiker, Bürgermeister bis hin zu USA, Antisemitismus, Juden, Moslems, Dunkelhäutige. Ich habe einfach alles und jeden gehasst. Jeder, der nicht in mein Bild passte, der war direkt Todfeind. FXX fragt sich, war Hitler dein Vorbild? Es gehörte zum guten Ton, sich zumindest auszukennen im Dritten Reich von 1933 bis 1945 und auch mal meinen Kampf gelesen zu haben. Es gab viele Dinge, auf die wir uns bezogen haben und es gab eine doch eine längere Zeit, wo Adolf Hitler und seine Schergen meine Vorbilder waren leider. Daniel Ausmeldung, was dachtest du über den Holocaust? Ah, das ist ein schwieriges Thema. Ich denke, ich habe es halt, wie schon gesagt, noch nicht gesehen. Ich weiß auch nicht mehr vom alten Video, was seine Antwort drauf ist. Aber ich denke, sie, er oder halt sie quasi, waren oder sind der Meinung, dass es den nicht gab und es nur ausgedacht ist. Ich glaube, die, ich glaube, sowas denken, sowas denken die. Es gehört dazu, den Holocaust zu leugnen, aber eigentlich wusste ich innerlich, das war zu groß, dass das Fake ist, dass das gestellt wurde von den Alliierten. Es ist auch eine Straftat. Man darf den Holocaust nicht leugnen, weil es einfach Facts sind. Es sind so viele Millionen Menschen gestorben, das kann man gar nicht faken. Willst du das faken? Das ist einfach nur dumm. Ja, dumm, ja. So geleugnet aufgrund der Gruppe, aber ich war eigentlich sicher, dass es denen gegeben hat. Aber das habe ich ausgeblendet und habe gesagt, na gut, das war eine üble Sache, die die Nazis gemacht haben, zu denen ich mich zugehörig fühle. Aber wir müssen über das ganze Positive auch sprechen. Das hat man dann so verdrängt und ausgeblendet. Hattest du nie Zweifel an eurer Ideologie? Nein. Man umgibt sich ab einem gewissen Zeitpunkt nur noch mit Menschen, die nur noch so denken. Man ist in einer festen Gruppe und man darf gar nicht außerhalb dieser Box denken. Ich war hundertprozentig überzeugt. Das ist auch irgendwie das, was alle Extremisten gleich haben. Im Kern sind sie eigentlich alle gleich. Sie glauben nur an alle an was anderes. Du lockst schwache, einsame Menschen an dich ran, findest du an irgendeine kranke Ideologie, Ideologie, ja, führst du quasi eine Gehirnwäsche an ihnen, sodass sie quasi alles daran glauben und alles andere, was andere Leute, die nicht dazu gehören, sagen, dass sie daran nicht mehr glauben. Im Kern sind einfach wirklich alle Extremisten same shit. Donald Tu möchte wissen, warst du Mitglied in einer rechten Partei? Ich war Mitglied in mehreren rechten Parteien, aber habe nachher für mich entschlossen, über Parteien wird es nicht funktionieren und wäre dann eher lieber in den bewaffneten Widerstand gegangen. Nachdem ich keine richtige Heimat im Parteileben gefunden habe, habe ich mich immer mehr auf die Rechtsrockmusik konzentriert. Ich habe dann auch angefangen, einen Internetshop zu eröffnen. Ich habe einen Laden eröffnet. Ich habe eine rechte Kameradschaft gegründet. Werwolf Wismar hieß sie damals und bin dann zu einer sogenannten Szenegröße aufgestiegen. Hat er da ein Dollarzeichen? Nee, was soll das sein? Ich habe schon die ganze Zeit, was das hier sein soll. Es sieht irgendwas als ein Dollarschein, aber so, keine Ahnung, sieht irgendwie weird aus. Ich habe auch sehr viel Geld mit dieser Szene verdient, dass nicht nur ich drin war, sondern ich habe auch angefangen, immer mehr neue Leute reinzuziehen. Zündspulen-Zar möchte von dir wissen, wie muss man sich ein Rechtsrock-Festival vorstellen? Habe ich schon mal gesehen sogar. Oh mein Gott, es gibt alles so falsch, wie ich heute sage. Ich habe schon mal ein Video gesehen, eine Reportage über so ein Rechtsrock-Festival. Ist auf jeden Fall alles sehr krank. Ja, kann man kaum anders beschreiben. Alle möglichen Menschen zusammenzubringen, aus ganz Europa teilweise, aber speziell natürlich aus Deutschland. Und die Musik ist echt scheiße. Dort stattfinden, um ein gemeinsames Erlebnis zu schaffen, einen tollen Moment auch, um zu zeigen, okay, wir sind viele und wir können was bewegen und wir kriegen Aufmerksamkeit. Presse, Medien kommen und so weiter. Die Polizei kommt, es gibt Demonstrationen, das macht alle stark, es schweißt sie als Gruppe zusammen und es dient natürlich der Vernetzung, um Pläne auch zu machen für die Zukunft und deswegen stellen sie auch so eine große Gefahr dar. Wird dort der Hitlergruß gezeigt? Der Hitlergruß wird teilweise gezeigt. Das hat auch damit zu tun, wenn der Alkoholpegel steigt, dass viele dann auch sagen, ist mir jetzt scheißegal, auch wenn ich eine Straftat begehe. Und wir müssen natürlich unterscheiden. Es gibt die verborgene, es gibt die geheimen Konzerte, wo was angemietet wird und dann wird gesagt, wir feiern hier eigentlich eine Hochzeit und auf einmal schlagen 300 Neonazis auf, die dann dort mit Musikinstrumenten stehen und da eine Party machen wollen und die Polizei kommt nicht schnell genug ran und dann fühlen sich alle dort frei, dort zu machen, was sie wollen. Aber es gibt auch angemeldete Konzerte und dort wird darauf geachtet, dass sie diese Sachen nicht machen. Es gibt ja diese geheimen Symbole, die quasi diesen Hitlergruß nachstellen sollen, aber halt offiziell nicht illegal sind. Es gibt das mit den drei Fingern. Wir hatten das mal in Geschichte früher. Wir hatten das mit den drei Fingern, also dass man den Daumen, den Zeiger und den Mittelfinger ausstreckt und das einfach so hoch hält. Das ist quasi auch so eine Art Hitlergruß für die Neonazis. Ich weiß nicht mehr, wer. Irgendein FPÖ-Politiker in Österreich hat das mal gezeigt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war. Es kann Strache gewesen sein, es kann aber auch ein anderer gewesen sein und halt das Argument von ihnen war dann quasi, nein, nein, das war nicht der Hitlergruß, er wollte nur drei Bier bestellen. Safe, Alter, safe. Wisu030 fragt... FPÖ ist, by the way, so eine rechte Partei wie die AfD bei euch. Alles dasselbe Scheißhaufen. ...was für Pläne habt ihr bei euren Neonazitreffen gespielt? Es geht immer um Großmachtfantasien, ja, es geht immer um Macht, es geht um Politik. Wir wollten einen nationalsozialistischen Staat einrichten, eine völkische Gemeinschaft, Aria, die in Frieden und Wohlstand leben, das war so der ultimative Traum, obwohl die meisten wussten, das ist absolut unrealistisch, aber das war das große Ziel, auf das hinausgearbeitet wurde. So dumm. Habt ihr Gewalt? Vor allem, wenn man sich mal vorstellt, jetzt gehen wir mal von dieser extrem unrealistischen Wahrscheinlichkeit aus, dass, na gut, obwohl, gehen wir auch mal davon aus, Deutschland wird wirklich so, wie sie es sich gewünscht haben, nur von Deutschen regiert und bewohnt. Das heißt, alle Nicht-Deutschen wandern aus. Wie hoch ist der ausländische Anteil in Deutschland? Deutschland, Bevölkerung, Ausländeranteil. Hier. Wikipedia sagt, 2018 lebten in Deutschland 20,8 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, was einem Bevölkerungsanteil von 25,5% entspricht. Wenn du über ein Viertel deiner Bevölkerung aus dem Land schmeißt, dann kann ich dir hundertprozentig garantieren, wird das Land in Chaos versinken, weil du kannst diese ganzen Menschen nicht einfach rausschmeißen und denken, hey, ja, das ganze System, unser ganzer Stadt wird sicher ganz normal weiter funktionieren. Wird es nicht. Es wird alles in Chaos versinken, nichts wird mehr funktionieren und das Land wird untergehen, bevor sie überhaupt den Hitlergruß machen können, diese Idioten. Also, ja, es ist auf jeden Fall eine sehr irrationale Idee, die sie hier haben, mit ein Deutschland, nur mit Deutschen und so weiter. Es ist einfach, es kann nicht funktionieren. diese Fantasie kann nicht mal funktionieren. Ich weiß nicht, warum sie auch noch daran denken. Das geht nicht. Das geht einfach, es geht einfach nicht auf. Man kann nicht einfach so 25, 20 Millionen Menschen kompensieren. Also, vorbereitet? Wir haben Gewalttaten vorbereitet, wir haben uns auch vorbereitet auf den sogenannten Bürgerkrieg, auf Tag X, aber wir haben auch Anschläge auch gegen Gebäude und auch gegen Menschen geplant. Besonders natürlich aus der Linksextremen, aus der linken Szene oder auch gegen Politiker und auch gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Melle möchte von dir wissen, was ist das Schlimmste, das du jemals getan hast? Ich denke nicht, dass er jemanden umgebracht hat. Ich denke, Körperverletzung, aber ich denke nicht, dass er jemanden umgebracht hat. Ich würde sagen, das Schlimmste war ein Messerstich. Ich kann da keine Abstufung machen. Ich habe auf jeden Fall sehr vielen Menschen sehr viel Leid gemacht. Wir zum Beispiel waren auf dem Weg zum Club 88, Club Heil Hitler in Schleswig-Holstein, den es damals gab. Auf dem Rückblick kamen wir auf den Straßenseiten, da haben wir drei, vier Punker gesehen und haben gesagt, okay, die greifen wir jetzt an, die wollen wir jetzt zusammenschlagen, sind angehalten und sind auf die losgelaufen und haben auf die eingeprügelt. Es kam ein Messer zum Einsatz und nachdem wir dann geflüchtet sind, nachdem wir die angegriffen haben, war es kurz davor, dass wir die mit dem Auto dann noch überfahren wollten, bis jemand dann ins Lenkrad gerissen hat und wir Gott sei Dank die nicht überfahren haben. Nur Menschenleben hat zu dem Zeitpunkt für uns kein Werk gehabt. Habt ihr auch Ausländer? Holy shit, dude. Also das mit dem Messer war ja schon wirklich knapp, also weiß ich, ganz gut geraten. Das ist schon crazy. Also die waren kurz davor, die umzubringen. Wenn genug Alkohol und Gruppe im Spiel war, dann haben wir auch Menschen natürlich mit anderer Hautfarbe angegriffen, ja. Hattest du überhaupt keine Gewissensbisse? Ich habe mich bei vielen Opfern entschuldigt und die meisten haben es angenommen. Das tat mir sehr gut und ich war sehr, sehr glücklich, dass es den Opfern danach auch besser ging. Aber ich hatte besonders in jungen Jahren überhaupt keine Gewissensbisse. Das hat man auch völlig verdrängt. Ich war ja auch der Meinung, ich bin der Gute und ich kämpfe für was Gutes und dann darf ich das tun. Und da hatte ich absolut keine Zweifel und keine Gewissensbisse. Es ist auf jeden Fall gut, dass er es eingesehen hat und dass er versucht hat, alles wieder gut zu machen. Das freut mich auf jeden Fall. Das ist sehr nice. Vor allem, ich glaube, Menschen wie er könnten auch wirklich sehr hilfreich sein, um andere Rechtsextreme wieder zu rehabilitieren, sage ich mal. Ich glaube, das ist ein Problem, was wirklich ernster genommen werden sollte. Vor allem, wenn man sieht, wie sehr rechtes Gedankengut wieder in Deutschland an Popularität gewinnt, wenn man sich jetzt so Parteien ansieht wie AfD und die ganzen noch rechteren Leute, da ist es wirklich sehr wichtig eigentlich. Yves möchte von dir wissen, hast du eine Waffe? Ich hatte in meinem Leben schon sehr, sehr viele Waffen. Es hat angefangen mit einem Messer in die Schule, Schlagring, Totschläger, bis dass ich mir dann eine scharfe Kalaschnikow gekauft habe, eine AK-47, wo ich 18 war und habe dann mit Sprengstoff, Handgranaten rumhantiert, Pumpgans. Ich hatte mein Leben lang immer Waffen, die immer für mich dazugehörten, um vorbereitet zu sein, wenn Tag X ist. Und umso wichtiger ist es, dass jetzt auch immer wieder gegen diese bewaffneten Strukturen vorgegangen wird, weil ich selber ein Teil davon war und weiß, wie gefährlich sie sind. Jens Rücker fragt, Gibt es wirklich so etwas wie eine schwarze Liste? Wir hatten keine Listen, aber wir hatten natürlich bekannte Feinde, die immer wieder uns auch unter Druck gesetzt haben, von der Polizei bis hin zur Stadt oder Staat, Staatsanwaltschaft, Richter und so weiter. An die hätte man sich dann schon erinnert, wenn man an die Macht gekommen wäre. Aber eine sogenannte Liste haben wir nicht erstellt. Visual Kabum fragt sich, hättest du für deine Ideologie auch getötet? Ich denke schon. Ja, ich hätte für meine Ideologie getötet, besonders als junger Mann mit 17, 18, 19, 20 habe ich mir Bürgerkrieg herbeigesehen. Ich habe mir einen großen Krieg herbeigesehen. Ich hatte dann sowas gesagt immer, wie jede Generation braucht es einen Krieg und ich möchte in diesen Krieg ziehen und möchte mich bewähren. Ich möchte auch meine Familie und auch... Ich glaube, viele, die so denken, jetzt, wir gehen jetzt einfach nur von der rechten Szene aus, ist ja jetzt egal, in welcher Szene, aber viele, die so denken, die so denken, die haben halt nie einen Krieg erlebt. Die wissen dann nicht, was Krieg wirklich bedeutet. Die denken, ja, herumballern, die Gegner umbringen, das Land befreien und so weiter. Die reden sich den Krieg schön, aber halt, weil sie nie einen erlebt haben. Ich habe zum Glück auch nie einen erlebt. Ich hoffe, die meisten haben auch keinen erlebt. Aber wenn die mal wirklich irgendwo gewesen wären, wo es Krieg gab oder gibt, dann, ich kann es euch garantieren, die würden dann nicht mehr so denken. Wenn sie wirklich im Krieg kämpfen würden, egal in welchem Krieg, in irgendeinem Krieg, sagen wir, irgendwo im Nahen Osten, wenn sie in Syrien gewesen wären oder so und sie mussten da quasi um ihr Leben kämpfen, die würden nicht mehr so denken. Auch die Kameraden stolz machen, das hatte sich später dann geändert, aber ja, ich wäre bereit gewesen, zu töten. Tyler Durden möchte von dir wissen, warum bist du ausgestiegen? Es gab relativ schnell die ganzen Enttäuschungen, viele kleine Enttäuschungen. Luke betrug Gewalt untereinander und es ist dann auch zu schweren Gewalttaten untereinander gekommen. Zum Beispiel die Kameradschaft, die ich gegründet hatte, Kameradschaft Behrwolf, die haben beispielsweise jemanden totgeschlagen. Es war Wut, es war Alkohol im Spiel, diese grundaggressive Haltung, die man hatte, so als Neonazi und dann gab es Streit um eine Kleinigkeit, die keiner nachher nachvollziehen konnte und dann haben die den gemeinschaftlich totgeschlagen und mit einem Messer abgestochen. Und da wollte ich kein Teil von sein und bin dann aus dem Bereich des Rechtsextremismus Neonazi bin ich raus und habe mich dann einem Rockerclub angeschlossen, auch einem Rockerclub gegründet und habe dort Menschen mit Migrationshintergrund kennengelernt und habe gesehen, okay, das sind Typen genauso wie ich und da so fand meine interkulturelle Öffnungsstadt. XENXMY fragt, was sagen die alten Neonazis zu deiner Wandlung? Für meine alten Kameraden oder Weggefährten bin ich heute ein Lappen, ein Verräter, ein Weichei. Ich bin die Spreu, die sich vom Weizen getrennt hat und allen möglichen Beleidigungen kommen mir entgegen und ich verstehe deren Wut auch, weil ich habe ja deren Lebenswelt verlassen, in der sie noch gerade drin sind und sie müssen sagen, dass ich schwach bin und damit sie die Starken sind. Aber ich versuche sie immer wieder zu motivieren, auch diesen Wandel zu gehen, auch raus aus dieser Neonazi-Szene zu gehen, denn ich kann heute sagen, ich bin heute glücklicher denn je zuvor in meinem Leben 2.0 und deswegen versuche ich, die eher zu motivieren und deren Beleidigungen, die prallen an mir völlig ab. Ist aber gut. Also ich hätte es gedacht, er trifft sie gar nicht mehr oder meilt sie so gut, wie es geht, weil es gefährlich ist oder sonst irgendwo, aber wenn er wirklich immer noch versucht, Leute zu überreden, rauszustellen und so weiter, das ist nice, das ist auf jeden Fall eine gute Arbeit. Ich hoffe, er schafft es auch wirklich ab und zu. Ich werde immer wieder mal bedroht, das kommt aber zu 100% aus dem Internet, das ist aber auch, gehört mit dazu, als ich in die Öffentlichkeit gegangen bin und wenn ich bei YouTube arbeite, dann weiß ich, dass wenn ich dort Storys erzähle aus dieser verschlossenen Welt, wie das abläuft im Bereich des Rechtsextremismus, dann muss ich damit rechnen, auch dass sich die sogenannten Kameraden oder alte Weggefährten melden und dann einfach auch mich bedrohen, das gehört mit dazu, aber auch damit kann ich ganz gut leben. Ravani BLN fragt sich, wurdest du vom Verfassungsschutz beobachtet? Ich wurde von mehreren Behörden beobachtet, natürlich vom Verfassungsschutz. Vom Landeskriminalamt, vom Staatsschutz und das ist auch wichtig. Ich dachte nicht, dass es so weit gekommen ist, ich dachte, er wäre noch erst so ein kleiner Fisch gewesen, aber wenn man vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dann muss man schon viel Scheiße gemacht haben, es muss ja ein gefährlicher Dude sein. Dass Menschen wie ich, die damals so gedacht haben und dieses Land abschaffen wollen, die Freiheit abschaffen wollen, die Demokratie abschaffen wollen, dass die beobachtet werden, ich habe auch dementsprechend Druck bekommen und das hat auch dazu geführt, dass ich auch teilweise zermürbt wurde. M fragt sich, vermisst du etwas aus der Zeit als Neonazi? Nein, mir fehlt absolut gar nichts. Punkt. Destina K. Ich hätte jetzt gedacht, er sagt Kameradschaft oder sowas, aber okay. ist gut, wenn man fragt sich, wo alles Besseres ist. Kann man mit Nazis reden? Man darf sich nicht auf das Niveau herabziehen lassen, aber wir dürfen auch nicht dicht machen, denn das wollen ja Extremisten, dass sich Fronten bilden und wir müssen immer wieder bereit sein, wenn ein Extremist auch auf uns zukommt, den versuchen auch aus diesem Milieu rauszuholen und das geht nur mit Reden und mit Handreichen, aber man kann auch ganz klar eine Linie ziehen und sagen, über die nicht und jetzt möchte ich nicht mehr reden und jetzt ist die Diskussion auch zu Ende, aber grundsätzlich ist Reden immer richtig. Sind alle Nazis dumm? Von dem Klischee muss man sich ein bisschen lösen, sondern heute gibt es sehr, sehr viele kluge Köpfe und die muss man auch beobachten und muss sich damit beschäftigen, um die auch zu entlarven und deren Theorien aufzulösen. Faser fragt. Ich glaube nicht, dass alle dumm sind. Ich glaube einfach nur, dass sie sich festgefressen haben in ihre Gedankenwelt, in diese Fantasiewelt, dass alles nach ihrer Ideologie viel besser wäre. Hast du als Neonazi-Döner gegessen? Nein. Nein. Döner wäre ein absolutes No-Go gewesen. Also das machen einige heimlich und ich habe es dann auch erst nach meiner Zeit des Rechtsextremismus dann wieder genossen und bin heute, ich sage mal, ein kleiner Fan. Erhan Gündo. Funfact. Ich esse nie Döner. Ich bin Kurd, aber ich esse keinen Döner. Ich weiß. Verräter. Erhan interessiert. Deswegen habe ich auch ein 31er-E-Mode. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest, was würdest du dem Philipp von früher sagen? Ich würde ihm sagen, teil dich mit. Such dir jemanden. Vielleicht, wenn du mit deinen Eltern gerade Beef hast, Philipp, wende dich an deine Tante, an deinen Onkel, dass du gerade traurig bist, dass du depressiv bist, dass du auch Freunde möchtest, dass du unglücklich warst mit der Auswanderung, mit der Zurückwanderung. Sag es einfach, ja, und fress es nicht in dich hinein. Hol dir Hilfe, Philipp. Gini fragt, welchen Rat hast du an Neonazis, die aussteigen möchten, sich aber nicht trauen? Ein Ausstieg ist ohne Probleme möglich. Die Gruppen arbeiten immer damit, dass sie sagen, es ist nicht möglich und dass sie Angstarbeit machen, dass sie bedrohen und sagen, wenn du aussteigst und dich veränderst, dann jagen wir dich und dann kriegen wir dich. Aber die Realität zeigt, dass es nicht so oft passiert ist. Es gibt viel Negatives, das man kurz nach dem Ausstieg erlebt. Man muss wegziehen, man muss neue Freunde kriegen und so weiter. Aber ich kann es euch garantieren, es gibt nach dem Rechtsextremismus, nach dem Neonazi-Dasein ein glückliches Leben. Viele, viele Menschen da draußen werden euch wieder eine Chance geben und ihr werdet wieder einen Teil dieser glücklichen, demokratischen Gemeinschaft und da könnt ihr eurem Leben einen neuen Drive geben und ihr werdet es nicht bereuen. Einfach raus, aber ihr müsst leider wegziehen von dem Ort, wo ihr aktiv seid. Das gehört leider mit dazu. Krass, ja. Es macht auch Sinn. Macht auch Sinn. Wenn ihr kein Video mehr... Okay, war ein nicees Video, muss ich sagen. War sehr, sehr informativ.